Also genau das, was ich vorhin beschrieben hatte, da ist ein Spieler, der dann auf einmal sieht, übers Pokalwochenende und über den Erstligaspieltag, den ersten, okay, ich spiele irgendwie nicht, dann braucht er, dann dauert das noch zwei Wochen, bis so ein Transfer eingetütet ist, dann ist es Ende August, dann ist es schon ein fünfter Spieltag, dann sind es nur 29 Spiele, dann wechselt er zum FC St. Pauli, dann braucht er noch eine Woche, dann braucht er vielleicht noch eine Woche, weil er verletzt sich, also dann sind es am Ende vielleicht doch nur 25 Spiele, das reicht dann nur für 24 Treffer. You're telling the story of Guido Burgstaller, aber trotzdem, diesmal haut er sich einfach nicht den Magen kaputt und zack, ist er Rekord-Torschützer. Ja, okay, kann funktionieren, also, das natürlich auch, habe ich, wie gesagt, habe ich auch gern mal.